Hallo, willkommen zu Nördfallmedizin zu einem erneuten EKG-Quickie. Ich habe euch wieder ein EKG mitgebracht, was einem Hochrisiko-EKG entspricht, einem STEMI. Ihr alle kennt STEMIs als Hinterwandinfarkte mit Hebungen in 2, 3 AVF als zusammenhängende Ableitungen und Vorderwandinfarkte, wo Hebungen in Ableitungen V1 bis V4 da sind. Dann gibt es noch so die lateralen Infarkte V5, V6, die häufig dann auch noch mit Hebungen in den Hinterwandableitungen verbunden sind und manchmal eben auch Hebungen in den androlateralen Ableitungen und es sind die Ableitungen, Extremitäten Ableitungen 1 und AVL. Genau darum geht es um diese Verknüpfung beim hochlateralen Myokardinfarkt durch meist Verschluss des ersten Ramus Diagonalis, des Riva. Wenn wir uns das EKG jetzt anschauen, dann sehen wir eigentlich in 1 vielleicht eine Mini-Hebung mehr. Also es ist wirklich nur diskret. In AVL auch eine ganz kleine Hebung. Und was mehr ins Auge springt, sind die deutlichen ST-Senkungen, die kontralateral da sind. Wir wissen ja von den Hinterwandinfarkten, da ist ja mein Tipp immer für euch, wenn ihr in 3 eine geringe Hebung habt, schaut nach AVL. Und das gilt natürlich auch andersrum. Wenn ihr in AVL eine geringe Hebung habt, schaut nach 3. In den Hinterwand Ableitungen 2, 3 und AVF sind deutliche Senkungen da. Und was viele nicht wissen, ist, dass es noch eine weitere Ableitung gibt, die dazu auch gehört zu diesem Hebungsmuster 1 AVL und das ist die Ableitung V2. Hier ist es jetzt nicht imposant. Ich zeige euch gleich noch ein anderes EKG-Bild. Und um das Ganze sich zu merken, gibt es ein Hilfsmittel. Das ist die südafrikanische Flagge. Und wenn man das EKG so aufgeteilt hat in vier Dreierstreifen nacheinander, wie wir das auch präklinisch haben, dann ist es das Muster des grünen Streifens in der südafrikanischen Flagge, dass man von hier und hier v-förmig nach AVL und V2 guckt. Hier ist es von einer Grafik, die der Philipp gemacht hat. Und da seht ihr schön eben die Hebung in 1 in AVL, eine deutliche Senkung in 3, die einem auch hilft, und die Hebung in V2. Sprich, all diese Ableitungen, die einem helfen. 1, 3, AVL, V2 folgen diesem Muster des Vs oder Ys in der südafrikanischen Flagge. Warum ist es so wichtig? Weil die Hebung in 1, die ist oft relativ gering ausgeprägt. So das, was ins Auge sticht, oft nur die Hebung in AVL ist und die Senkung inferior und wechselhaft manchmal die Hebung in V2. Und das geht dann leicht unter, dass es wirklich auch ein Steamy ist, der vielleicht nur in AVL hebt, wie in unserem ersten EKG und in den anderen Ableitungen nicht so direkt. Fazit des South African Fleck sein kann einem helfen, dieses Demimuster des hohen Lateralinfarktes durch Verschluss des ersten Diagonalastes zu memorisieren. Was ich euch als Tipp hier noch weitergeben will, ist, denkt daran, wenn geringe Hebungen da sind und zum Beispiel auch die R-Zacke nicht so hoch ist, also auch nur eine geringe Amplitude hat. Dann können auch geringe Hebungen relevant sein und schaut in den Extremitäten-Ableitungen nach den kontralateralen Ableitungen und es wäre bei einem Lateralinfarkt, während es die Hinterwandableitungen, dass da Senkungen sind, in 2, 3 und AVF. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!